Hallo, ich bin die Katharina und mache eine Doppellehre als Konstrukteurin und Fertigungsmesstechnikerin bei der Firma Rotto Frank Austria GmbH in Karlsruhe. Mein Arbeitsalltag ist sehr vielseitig, weil ich aktiv bei Aufträgen beteiligt bin. Das heißt, ich verändere und entwerfe die Produkte am PC. Die gefertigte Zeichnung wird dann unter angeforderten Richtlinien überprüft und dann mit einem optischen Messverfahren kontrolliert und für die Produktion freigegeben. Mir gefällt es hier sehr gut, weil ich gleich von Anfang an als wertvolles Mitglied aufgenommen worden bin und darf nicht nur lernen, sondern auch produktiv mitarbeiten. Hallo, ich bin Asani und ich mache Doppellehre als Maschinenbau- und Oberflächentechniker. Zu meinen Tätigkeiten zählt das Verzinken von Alu- und Stahlteilen und Pulverbeschichten. Meine Hauptaufgaben sind die Analysen und die Aufbereitung der Chemikalien in den Bädern. Ich führe auch Service und Reparaturen an den Maschinen und Anlagen durch. Am besten gefällt es mir, dass ich sehr selbstständig arbeite und mir viele selber einteilen kann. Und meine Arbeitskollegen sind immer sehr gut drauf und immer hilfsbereit. Hallo, ich bin Agizzi und mache ein Doppellehrberuf als Maschinenbau- und Gießereitechniker. Ich lerne in meinem Beruf, wie man Gussdruckmaschinen programmiert und bedient und Formen ein- und ausbaut. Wenn die Maschine eingestellt ist, produziere ich Zinkteile für die beweglichen Bauteile in Fenster und Türen. In meiner zweiten Berufsausbildung mache ich Service und Instandhaltung der Gussmaschinen. Zurzeit befinde ich mich in der Grundausbildung, aber schon bald darf ich an der Maschine stehen und mitproduzieren. Wenn dich die Lehrberufe interessieren, dann komm zum Schubbaum vorbei. Wir freuen uns auf dich!